Wird aus der Stadt der Liebe ein Albtraum? Für Emily, Anne Menden, John, Felix von Jaoff und Laura, Chrysensi Kavasi, wird die Reise nach Paris alles auf den Kopf stellen. Was als romantischer Trip gedacht war, wird schnell zum härtetest für das frisch getraute Brautpaar und auch bei Emily, die sich eigentlich nur noch auf ihre Karriere konzentrieren will, wird von den Schatten ihrer jüngsten Vergangenheit eingeholt. Mehr zum Inhalt des großen GZSZ-Specials verrät der neue Trailer oben im Video. Laura, John und ein Koffer voller Geld Wie es das Schicksal so will, geht natürlich genau. Was bedeutet das für die Beziehung der beiden? Emily kann nicht glauben, wer ihr in Paris begegnet. Emily will in Paris das Drama rund um ihre gescheiterete Beziehung mit Sacha, Daniel Noah, einfach nur vergessen und den Blick nach vorne auf ihre Karriere als Designerin richten. Doch was macht man, wenn einen die Schatten dieser Vergangenheit einholen? Denn plötzlich ist es Sacha. Der bei ihrer Modenschau im Publikum steht und ihr ganz tief in die Augen schaut. Kann Emily dieser Anziehung widerstehen? So viel sei verraten. Sacha ist nicht zufällig in Frankreichs Hauptstadt, sondern geht einem Plan nach, ein Vorhaben, bei dem auch Emily droht in größte Gefahr zu geraten. Das passiert im großen GZSZ-Special in Paris. Während Laura und John auf ihrer Reise in der Stadt der Liebe ankommen, schafft Emily es in ihrem Liebeskummer kaum aus dem Bett. Geschweige denn nach Paris, wo sie auf einer Fashion-Show ihre neuesten Taschenkollektion präsentieren soll. Ihre Freundin Lily macht Emily klar, dass sie sich so eine Chance nicht wegen Sacha entgehen lassen darf. Emily macht sich in letzter Sekunde auf den Weg in die Fashion-Metropole, wo sie unfreiwillig Johns und Lauras Zweisamkeit stört. Emily bereut schon, doch noch angereist zu sein, bis sie sich dank eines charmanten Barkeepers für eine Nacht auf die Stadt der Liebe einlässt. Derweil muss John erkennen, dass Laura ihn nicht nur aus romantischen Gründen nach Paris geführt hat. Moritz ist auf dem Weg zu ihr, mit einem brisanten Koffer, von dem John eigentlich nichts wissen sollte. Doch als dieser Koffer im Backstargetrubel von Emilys Fashion-Show verschwindet, bleibt Laura nichts anderes übrig, als John über dessen Inhalt aufzuklären, was zu einer Zerreißprobe für Lauras und Johns Beziehung wird. Emily genießt unterdessen ihren großen Auftritt. Sie fühlt sich lebendig wie lange nicht mehr. Sie ahnt nicht, dass ein überraschendes Wiedersehen bald alles auf den Kopf stellen wird. Nicht nur, dass Emilys Herz auf die Probe gestellt wird, sie ist plötzlich in größter Gefahr. Gut.